Welcome back to my channel! Schön, dass ihr wieder da seid. Das Video heute ist ein bisschen was anderes, weil es irgendwann einfach abgebrochen hat. Also wundert euch nicht, wenn ich dann am Ende fertig bin, aber ich eigentlich noch nicht fertig war. Ja, den Look, den wir heute schminken, ist ein etwas intensiverer Look als bei den letzten Malen und ich mag den Look sehr, sehr gerne. Ich hoffe, er gefällt euch auch und bleibt dran! Na dann, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir legen los. Ja, es ist eigentlich genau das gleiche wie in jedem anderen Video. Auch am Anfang weiß ich noch nicht so genau, wo mich der Weg hintreibt, aber mittlerweile kennt ihr das Spiel. Wir fangen mit den Augen an und machen dann den Rest vom Gesicht. Ich denke, heute wird es etwas intensiver. Der letzte Look war ja ein bisschen farbenfroh. Es war für mich voll raus aus der Komfortzone, das was ich kenne, aber es scheint ganz gut anzukommen. Ansonsten, wie ich es in meinem letzten Video auch schon erwähnt habe, wenn ihr Wünsche habt, was ihr für Videos sehen wollt, gerne einfach unten in den Kommentaren da lassen oder bei Instagram schreiben. Ansonsten denke ich, werde ich heute wieder zurück in meine Komfortzone gehen und eher so mit Brauntönen arbeiten oder ja, ich lasse mich einfach inspirieren von meiner Palette und dann schauen wir mal, womit wir anfangen. Okay, dann schaue ich mal, womit ich beginnen werde. Ich nehme hier wieder so einen fluffigen Pinsel. Das ist auch einer von den Jaclyn Hill Pinseln und dippe den wie immer in meine Transition Shade, also in ein helles Braun. Ich glaube, ich werde es heute etwas mehr Smoky machen, also eher ein Smoky Eye Look mit ein bisschen dunkleren Farben und dann schauen wir mal, was draus wird. Das helle Braun verteile ich mehr oder weniger überall. Das ist ja unsere Grundierungsfarbe, da müsst ihr auch nicht vorsichtig sein, das kennt ihr ja schon. Immer wenig Produkt nehmen und dann nach und nach aufbauen. So, als nächstes nehme ich mir einen anderen buschigen Pinsel. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich werde erstmal bei den Brauntönen bleiben und gucken, dass ich da Dimension für Dimension aufbaue. Ich habe auf jeden Fall eigentlich vorhin ein ganz cooles Bild gesehen. Jetzt fliegt hier eine 4 rum. Kann ja nicht sein. Das war eher so mit rot, also so einem dunklen rot Ton und einem bräunlichen Ton. Eigentlich hätte ich auf sowas auch ganz, ganz Bock. Kann man das so sagen? Ganz viel Bock? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine? Wir schauen mal, wo uns der Weg heute hintreibt. Mit dem etwas dunkleren Braunton habe ich jetzt genau das gleiche gemacht. Einfach ein bisschen Dimension auftragen, bis nichts mehr da ist auf dem Pinsel an Produkt und dann verblenden. Ich glaube, ich nehme nochmal den gleichen Pinsel und gehe in die Farbe Jaxx. Das ist so ein dunkelroter Ton von der Jaxx & Hell Palette und setze den tatsächlich nur hier im unteren Augenbereich an. Also ich gehe damit nicht so hoch wie mit den anderen Farben und bei den pigmentierten Farben wie immer etwas vorsichtiger verblenden. Ich nehme etwas wenig Farbe, damit ihr den einfach Stück für Stück aufbauen könnt und nachher nicht aussieht, als hätte euch jemand aufs Auge gehauen. Vor allem, da ich noch nicht weiß, was ich wirklich mache, versuche ich immer so wenig wie möglich Produkt zu nehmen und das dann nach und nach aufzubauen. So, wenn ich mit dem Ergebnis so halbwegs zufrieden bin, nehme ich mir noch den Pinsel, den wir ganz am Anfang benutzt haben. Da müsste jetzt eigentlich auch nichts mehr dran sein und gehe nochmal über das drüber, was ich gerade gemacht habe. Also egal, mit welchen Farben ihr arbeitet, ob das helle Farben sind, dunklere Farben, wirklich verblenden, ist der Schlüssel zu allem. Wirklich zu allem. Glaubt mir, damit kann es eigentlich nicht schief gehen. Ich nehme mir jetzt mal so einen Lidpinsel, den ich sonst immer für meinen Glitzer nehme und gehe in die Farbe... Ha, welche Farbe nähe ich jetzt, ne? Ich glaube Mokka. Das ist auch eher ein dunkelbrauner Ton und trage den überall auf dem Lid auf. Keine Sorge, wir verblenden das noch. Aber ich denke, ich werde noch mit einer etwas dunkleren Farbe reingehen, um dem Ganzen noch ein bisschen Dimension zu verleihen. Weil ich finde, Smoky Eye, egal ob man das jetzt mit dunkelbraunen Tönen macht, mit schwarz, mit grau, mit Farbe, keine Ahnung. Ich finde es einfach super schön, so für Anlässe, wenn man feiern geht, wenn man irgendwas Eleganteres hat oder auch so für jeden Tag. Also warum nicht? Finde ich persönlich einfach super schön. Auf jeden Fall tippe ich meinen Pinsel, ich wische den nicht, weil damit könnt ihr am meisten Produkt auftragen. Und wenn ich erstmal der Meinung bin, das sieht super aus, dann nehme ich mir nochmal meinen Pinsel, wo ich die Farbe Jacks drauf hatte, gehe aber nicht nochmal in die Farbe zurück und verblende das Braun in die Farben, die wir davor aufgetragen haben. Okay, ich denke, da können wir noch ein bisschen dunkler gehen. Ich hätte auch Bock auf Glitzer, aber ich würde gerne heute, glaube ich, nur einen matten Look machen. Ich nehme jetzt die Farbe Central Park. Das ist nochmal einen Ticken dunkler als das, was wir vorher hatten, wie man unschwer erkennen kann. Und hier mache ich genau das Gleiche. Ich versuche so dunkel wie möglich unten am Wimpernrand zu sein und dann die Farbe nach oben hin so ein bisschen zu flicken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Damit man dann einfach keine allzu gerade Linie hat, auch wenn wir es nochmal verblenden. Aber schön vorsichtig, damit man nachher nicht aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Und dann nehme ich mir wieder meinen Blending Pinsel, bevor ich die andere Seite mache und verblende das erstmal. Letztendlich habe ich eh keine Chance. Wenn es scheiße aussieht, muss ich hier beide Seiten machen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich möchte halt nicht, dass es irgendwie unordentlich aussieht oder als würde ich es nicht können. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade nochmal mit dem Pinsel in die Farbe Jacks rein und verblende den Übergang zwischen dem Dunkelbraun und der Transition Shade. Also das, was wir da drüber gemacht haben. Und das lasse ich jetzt erstmal so. Ich sehe hier tatsächlich auch nicht so gut, um zu sagen, ob das jetzt noch mehr verblendet werden muss oder nicht. Aber das wird schon. So, jetzt nehme ich mir mal einen etwas kleineren Pinsel. Komplett ohne Farbe und gehe hier nochmal drüber, weil ich mit meinem Blendingergebnis noch nicht zu 100% zufrieden bin. Das ist schon besser. So, und das könnt ihr so lange machen, bis ihr der Meinung seid, es ist halt perfekt. Da ich, was das angeht, echt ein sehr extremer Perfektionist bin, gehe ich hier am besten fünfmal rüber, bis ich der Meinung bin, es ist genauso, wie ich es gerne hätte. Okay, wenn wir das haben, kommt jetzt ein etwas schwieriger Part, weil ich gehe noch mit einer noch dunkleren Farbe rein. Ich überlege tatsächlich, ob ich schwarz nehme, aber das machen wir lieber mal nie. Da habe ich nämlich noch ein etwas dunkleres Braun und das setze ich tatsächlich nur hier unten an und das wische ich jetzt so ein bisschen. Ich nehme auch nur minimal Produkt. Ja, also ich dippe meinen Pinsel einmal rein und klopfe dann den Rest von dem Produkt ab und es ist wirklich wahnsinnig gut pigmentiert. Deswegen schön vorsichtig. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Dimension haben, weil ich nicht mit einem Eyeliner reingehen werde. Beziehungsweise, ich glaube nicht mit einem klassischen Eyeliner, sondern ich werde mit einem Pinsel und der schwarzen Farbe so eine Art Eyeliner ziehen. Mal gucken. Wieder ein bisschen aufwendiger, wir haben ein paar mehr Schritte als sonst, aber am Ende ist das auch alles eine Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch wieder hellere Farben nehmen oder was Sommerlicheres. Das ist jetzt eher so ein Look, der wahrscheinlich so für einen Herbst, Winter geeignet ist, aber ja, who cares, ne? Und dann geht's wieder ins Verblenden. Ich wechsle immer zwischen dem Pinsel, wo nichts dran ist, also da war vorher nichts dran und dip mal in die Farbe oder auch nicht, einfach um das beste Ergebnis zu erzielen. Wie gesagt, verblenden ist der Schlüssel. Dann nehme ich mir einen anderen kleinen Blending Pinsel und gehe in eine der dunklen Farben. Das ist jetzt zum Beispiel Central Park und setze das ganz leicht, also ich halte den Pinsel wirklich ganz leicht, hier in dem unteren Bereich des Leads an. Einfach um den Übergang zu dem dunklen und dem helleren noch ein bisschen weicher zu machen. So, und jetzt nehme ich wieder den ersten Pinsel, den wir hatten und gehe über alles einmal ein bisschen rüber. Einfach um alle Linien auszumerzen. Der müsste ja auch nicht vorsichtig sein, also ihr seht es ja hier, ich bin da absolut unkoordiniert. Aber das geht auch. Okay, jetzt nehme ich mir einen Eyeliner-Pinsel und dippe den in mein Schwarz wirklich nur einmal rein und setze den hier so an. Und auch hier flicke ich den so ein bisschen nach oben, ich hoffe ihr könnt es gut erkennen, um einfach ein bisschen mehr Dimension zu erreichen. Das Schwarz ist so pigmentiert, wow. Ich gehe auch nicht so weit nach vorne, aber einfach um dem Auge dort ein bisschen mehr Dimension zu verleihen. Dann nehme ich mir direkt meinen Blendingpinsel und gehe ganz ganz leicht über das rüber, was ich gerade gemacht habe. Ich bin soweit schon mal ganz zufrieden. Der Look kommt ja sowieso erst zusammen, wenn man auch Wimpern aufgeklebt hat und sowas, also das kennt ihr auch schon. So, für Wimpern nehmen wir heute wieder sexy beauty Wimpern, aber in einem anderen Stil. Ich wechsle auch, also auch wenn ich die gleiche Marke an Wimpern in jedem Video habe, sind es nicht immer die gleichen Wimpern, das seht ihr auch, sondern es ist immer ein anderes Paar Wimpern. So, und wenn wir Wimpern haben, nehme ich mir mal ein Ohrenstibchen, mache das ein bisschen nass. Gehe hier einmal vorsichtig drüber, um einfach den Fallout, also das, was runterkommt von dem Lidschatten, einmal sauber zu machen. Und was ich heute wieder mache, ich nehme wieder meine MAC Strobe Cream, diese Highlighter Creme. Auch wenn man es wahrscheinlich nicht sieht, aber ich sehe das, ich finde das schön. Dann nehme ich mir wieder eine Fingerspitze, einmal über das gesamte Gesicht wischen. Und fertig. Oh, ich bin witzig. Okay, bei Gesicht kennt ihr das Spiel auch bereits. Ich nehme mein Dior Make-up. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir anderes Make-up zu kaufen, Schande auf mein Haupt. Aber, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich werde es irgendwann schaffen, auch anderes Make-up auszuprobieren und euch dann zu sagen, wie ich anderes Make-up fände. Aber so lange benutze ich für jedes Video mein Dior Make. So, und dann Concealer. Dann lasse ich den hellen heute mal weg. Und mache auch nicht zu viel. Auch hier und heute gehe ich wieder vorne ein bisschen vorsichtiger ran. Gehe ich später lieber nochmal mit meinem Concealer-Pinsel drüber, um das alles auszugleichen, bevor ich mir da mein Produkt wegrösche. Wegrösche. So. Und wenn wir das haben, kommt wieder mein Puder. Okay. Der nächste Eyebrow. Ich finde irgendwie meine Haare sehen ganz komisch aus. Aber ich will auch nicht, dass sie mir andauernd ins Gesicht fliegen. Ich müsste mir mal so einen Haarreifen kaufen, aber ich finde die persönlich so hässlich. Naja, ist Geschmackssache, ne? Ich sehe bei diesem Licht tatsächlich bei der Augenbraue nie wirklich, was ich mache. Deswegen sieht die am Ende immer anders aus als die andere und immer hässlicher. Hassig. Ich glaube, die sind einigermaßen gleich. Okay. Dann weiter im Gesicht kommen wir zu Bronzer. Ich habe mir immer noch keinen neuen Hula-Bonser bestellt. Mittlerweile sieht das schon so aus. Also da ist wirklich nur noch die letzte Ecke übrig. Muss ich unbedingt auf meine nächste Douglas-Bestellung setzen. Dieser Laden macht mich auch einfach arm. Egal ob es Parfüm, Schminke, Pflegeprodukte, keine Ahnung was ist. Dieser Laden macht mich einfach arm. Mal so ein bisschen bei Douglas shoppen. Ne, das ist dann gleich so eine Rechnung von 100, 200, schieß mich tot Euro. Selbst wenn du so Kleinigkeiten kaufst, die eigentlich nicht viel kosten. Aber das läppert sich echt. Komische Frisur wieder ordentlich. Als nächstes wieder ein bisschen Contouring on the nose. Ich glaube, da sollte ich mir echt mal so ein Video von irgendjemandem angucken, der das richtig drauf hat. Weil ich mache das ja jetzt so, wie ich das halt denke. Ob das so wirklich ist oder nicht, das ist mir ja wurscht. Aber vielleicht sollte ich mir da mal was angucken, wie man das richtig macht. Weil ich bringe mir auch alles selber bei. Das einzige, was ich nur wichtig finde beim Nose contouring, ist, dass man nicht zu doll macht. Dass es halt nicht künstlich aussieht. Aber ich finde, so ein bisschen kann man schon mal machen. Dann nehmen wir jetzt Blush. Auch da wieder das gleiche wie immer. Ein bisschen über die Nase. So. Und wenn wir das haben, gehen wir zum unteren Auge über. Eigentlich fände ich es auch ganz schön, wenn man es so lässt. Ich weiß nicht, so untere Augenlinie finde ich zwar auch ganz schön geschminkt. Aber ich könnte es jetzt auch so lassen. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob dann der Look so komplett ist. Meine Wimper klebt da vorne nicht so gut, aber lass mal das mal so, ne? Ne, aber wir machen auf jeden Fall die untere Augenpartie noch. Und da mache ich auch genau das gleiche wie immer. Ich gehe mit den Farben, die ich benutzt habe, rein. Beginne mal mit der hellsten Farbe. Schön verblenden. Und dann Stück für Stück aufbauen. Und bei den dunkleren Farben versuche ich immer außen das meiste Pigment anzusetzen. Damit es vorne zwar auch dunkler wird, aber nicht allzu dunkel, so wie hier hinten. Und dann verbinde ich das schön. Also den Bereich zwischen, was wir oben gemacht haben und unten gemacht haben, verbinde ich am Ende immer noch ein bisschen. Ich finde, es sieht dann super schön und smoky aus. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt schon fertig, wie ihr sehen könnt. Mein Video hat einfach abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Aber ich werde den Look nicht nochmal filmen. Wir sind da stehen geblieben, wo ich meine unteren Augen geschminkt habe. Um es euch mal Stück für Stück zu erklären, da mache ich genau das gleiche wie immer. Ich baue die Farben, die ich oben auf dem Lid benutze, nach und nach auf. Die dunkleren Farben nutze ich eher am äußeren Rand des Auges, um einfach diesen Cat-Eye-Effekt ein bisschen zu verwirklichen. Dann habe ich mir noch einen Eyelinerpinsel genommen und habe in die Waterline hier schwarzen Lidschatten noch mit reingemacht, um einfach ein bisschen mehr Dimension zu verleihen. Ansonsten danach, ja, Highlighter. Das kennt ihr auch unter den Augenbrauen, Highlighter, vorne in der Corner Highlighter. Und für den Lippenstift habe ich den Sweetie Morphe Lip Liner genommen und den Lippenstift von MAC. Das ist, der heißt tatsächlich so. Verlinke ich euch über unten in der Infobox. Und ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Ich bin ganz froh, dass das Video trotzdem genug aufgenommen hat, damit ihr wenigstens den Eyelook sehen konntet. Ansonsten alles andere kennt ihr schon. Ich mache ja sonst nichts anders. Das Setting Spray habe ich heute nicht vergessen. Den Beweis habe ich aber leider nicht da. Ansonsten, ich verstecke jetzt mal meine Ohren. Ich finde die so furchtbar. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video bis dahin gefallen, dass es abgebrochen ist. Das macht mich richtig traurig, aber okay. Auch das kann passieren. Ich bin ja noch am Anfang meiner YouTube-Karriere. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst gerne Kommentare da, lasst mir gerne wie immer Daumen oben da. Kommentiert, was ihr gerne sehen möchtet, was ihr gerne anders haben möchtet, wie auch immer. Ich freue mich über jedes Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal.